Tag Leute, Coinschwink ist wieder angesagt. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Und zwar spielen wir heute Gehirnfrost, Leute. Was ist Gehirnfrost? Gehirnfrost haben wir mit Eis mit uns zu tun und mit der Badewanne hier im Hintergrund. Genau, und zwar sind wir darauf zufällig auf YouTube-Form gestoßen und wir wollten das einfach auch mal nachmachen. Und dann Max, der hat so großkotzig geredet, hat gesagt, ich geh als erstes rein. Und ja, Max, ich würde sagen, erzähl mal in 10 Sekunden, was jetzt gleich passieren wird und was du machen musst. Die Eis, wo wir die hier gerade sehen, werden wir in die Badewanne werfen, dann muss ich da reinsteigen und Chris stellt mir schwere Fragen. Ich darf erst wieder aus dieser Badewanne aussteigen, wenn ich eine Frage richtig beantwortet habe. Diese Fragen sind ganz, ganz leicht. Das könnt ihr mir glauben und ich würde sagen, wir steigen nicht weiter rum. Let's go! Jo Leute, bevor wir es vergessen, gehen natürlich wie immer zwei Shoutouts raus für die Flachwitze. Einmal an den Alpha-Camp und einmal an den Maxi. Easy, sehr geil! Wenn ihr auch einen Shoutout haben möchtet, drückt einfach unten auf die Glocke unter diesem Video und aktiviert unsere Push-Benachrichtigungen und dann verpasst ihr kein Video mehr von uns. Schreibt auf jeden Fall Hashtag Glocke da noch in die Kommentare und euer Lieblingsessen dazu und das Top-Comment kommt dann im nächsten Video. Genau und jetzt würde ich sagen, let's go! Also falls ich jetzt sterben sollte, ich liebe euch. So Max, sind sie bereit? I'm ready, I'm ready, I'm ready. Sind sie bereit? Oh, das ist ja gar nichts. Der Spritz. Die kommen ja auch. Eins. Wir wollen mehr, mehr, mehr. Wir wollen immer mehr. Mehr, mehr. Ja, 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 ja. So. Also du kannst ja auch erst alle da hinten draufschmeißen und dann alle reinschießen, so auf einmal. Ja, ja. Wow. Mafia. Last but not least, Freunde. Alles rein jetzt hier. Schieb alles win. Wenn ihr auf jeden Fall wollt, dass wir noch mehr so was machen, dass der Christ noch hier die Badewanne rockt, dann smash auf jeden Fall den Like-Button, Freunde. Bei 5.000 Likes. Gehe dann ich hier rein. Der Dude hier. Hi. 5.000 Likes. Und ich zieh mich aus. Alter, ich werd so safe stürmt. Aber wir müssen dann nächstes Mal mehr High-Tofi kaufen. Nächstes Mal. Aber wir haben da schon eine gute Menge drin. Nächstes Mal brauchen wir halt noch ein bisschen mehr. Alter, ich geh rein okay. Drei, zwei. Alter. Du musst dich aber reinlegen. Ja. Ja, ist ja gut. Du steigst ein. Ja. Dann geht's los. Und dann geht's los mit der ersten Frage. Ja. Drei, zwei, eins. Los. Oh! 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 Wie heißt der James Bond-Darsteller Moore mit Vornamen? Daniel! Nein. Wie heißt das Rathaus von Berlin? Boah, ich hab keine Ahnung! Wie heißt das Rathaus von Berlin? Rathaus? Rathaus? Was ist das ich? Nein. Ein bekanntes Werk von Annette von Droste Hülshof heißt. Wie gesagt, das sind die blauen Mannen. Nein, die Judenbuche natürlich. Anja. Ah! Mit welchem Schiff wanderten die Pilgerväter 16 oder 20 von England nach Amerika aus? Oh, scheiße! Äh! Also, wie war... Kolumbus? Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kolumbus? Nein. Oh! Wofür steht die Abkürzung? Oh! Ich über meine nicht mehr. ICS von Inde-IT. Oh! Ich kack dir ins Gesicht, Alter! Internet-Connection-Sharing. Oh, ja! Oh, ja! Fünf Linien und vier Zwischenräume. Welches Ereignis war der Auslöser für die Gründung des Anzus-Pakts? Das was? Anzus-Pakt. Ganz klare Korea-Krieg. Wie oft wurde Deutschland Fußball-Weltmeister? Drei Mal! Vier Mal! Fuck! Hä? Ich würde mal ein bisschen tiefer rein. Ich muss noch ein bisschen tiefer reinrutschen. Oh! Oh! Wie heißt die Hauptstadt von Süd-Afrika? Oh! Wie heißt die Hauptstadt von Süd-Afrika? Kapstadt! Nein! Pretoria! Alter! Welcher Planet ist der Sonne am nächsten? Pluto! Merken! Alter! Wie heißt das SMS? Wie heißt SMS ausgeschrieben? Source Message! Safety! Short Message Service! Nein! Wer schießt schneller als der Schatten? Sack genug! Als sein Schatten? Ja! Ja! Oh Gott! Oh! 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 Alter, Max! Du hast es geschafft! Max! Dig auf! Gib mein Handschuh! Gib mein Handschuh! Bitte, gib mir Handschuh! Nö! Bitte, gib mir Handschuh! Gell! Oh! Ist das kalt! Alter! Oh! 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 Und wie war's noch? Oh! So, ich will mal ein bisschen weiter reingehen können! Fick dich doch! Zeig mich du mal nächstes Mal, Alter! Ja, was müssen Sie dafür tun, Max? Das ist der Scheiß-Like-Button! Wenn du auch noch so viele Fragen oder willst, doch beim nächsten Mal, dann klatsch ich die Frage um! Oh, das ist gar krass! Also, was müssen die Leute jetzt machen, Max? Am Ende vom Interview! Wenn ich den Scheiß-Like-Button auf 10.000 Like, dann pick ich diesen Chris so aus! 10.000 reicht auch schon! Nein! Okay! 10.000 Likes, Freunde! Aaaaaaah! Ich meine, ich fühle mich nicht mehr. Ja, ach nee, du armes Ding. Aaaaaaah! Wenn euch das Video gefallen hat, daumen hoch, Freunde. Ich bin raus. Hier geht's im letzten Video. Hier könnt ihr uns kostenlos abonnieren. Hier geht's zu Carina und zu unserem letzten Vlog. Den Letzt. In diesem Sinne, Leute. Coins will nicht vergessen. Coins will nicht vergessen. Ciao!